aber jetzt kann ich ja koffe gespielt hola da ist der ausgang endlich der ausgang hallo gorn ich erlöse mich komm mit ich brauche deine unterstützung endlich geht es weiter geh voraus ich folge dir halt die stellung ich werde ist gut bis später kann ich einfach rausgehen ich kann einfach rausgehen aber ist das jetzt erledigt oder muss ich erst die ganzen sachen für den typen bringen für den sklaven das war ein wirklich beinharter kampf hätte nicht gedacht dass gommers gardisten so viel widerstand leisten die hauptsache ist dass wir sie wieder aus unserer mine vertrieben haben ich werde hier bleiben und dafür sorgen dass das auch so bleibt ok wie ist die land alles ruhig es kann nicht mehr lange dauern bis die verstärkt so lange werde ich es mir hier ok ok nein so bis später so ach ja ach ich hab grad die karte aufgefunden das wollte ich doch gar nicht ähm minecrawler plattenrüstung die kriegen wir jetzt weg in den schläfertempel suchen nach dem ulumulu das ist unser nächstes ziel aber als erstes müssten wir ähm sowieso die neue rüstung abholen dafür muss ich zu wolf hallo wolf nette abgezogen ein guter kampf dein training hat sich ausgezahlt ich habe eine menge dieser minecrawler panzerplatten eingesammelt ich habe jede menge dieser minecrawler panzerplatten eingesammelt fantastisch ich werde mich gleich an die arbeit machen wie lange wirst du dafür brauchen ich habe nicht die geringste ahnung das ist eine komplette neuentwicklung man schau einfach ab und zu bei mir rein wenn du in der nähe bist ok ich schlafe mal und dann komme ich wieder dreh dich dann fertig nerf mich nicht du bist hier der bandit ja ich bin ein ehrenhafter selten ein guter kampf wie weit dauert noch man diese gib mir noch etwas zeit ähm nochmal schlafen wenn es da nicht geht dann mach ich erst das mit dem ulumulu äh hey du äh verlass dich auf jemanden und du bist verlassen ein guter kampf wie weit dauert noch man gib mir noch etwas ja ich glaube das kann noch dauern mit der restung ähm das passiert mir nicht nochmal lass uns lieber über was anderes reden ja dann besorge ich erstmal die sachen fürs ulumulu was habe ich denn habe ich schon irgendwas davon im inventar nicht aber vielleicht in der truhe hier horn eines schattenläufers bravo was gibt es noch zum feierhaut brauche ich nicht brauche ich die zähne trollfell wollte der trollfell oder ne der wollte hauer mhm warte mal was wollte der jetzt nochmal alles hab schon wieder verpeilt ähm warte eines schattenläufers zähne eine sumpfeis hauer eines trolls und feuerwaranzunge ok das heißt ich muss in den sumpf zum troll und irgendwo feuerwarane auftreiben wo gehen wir als erstes hin ich würd sagen der sumpf welcher da so so erstmal in den sumpf erstmal in den sumpf erstmal in den sumpf ähm warte steht da oben die ganze teleposten klar toll n bug ah jetzt ist er weg schiße das war die barriere ich wurde vor dem Blitz getroffen der Sundwander auf der Seite, oder? einmal um den dummen Baul aufrufen hey alter, sowas halte mich auf fischi 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 was ist denn? kann ich überhaupt so zähle von einem Sundwander nehmen? gibt's hier überhaupt nicht? oder habe ich die schon alle getötet? ach da hinten, hier ist eine so, noch mehr Sundwander 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 hier sind die Krautschen schon mal einer da sind noch ganz viele andere Sundwander erfahrung 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 Wäre auch ein bisschen scheiße, wenn nicht. Dann würde ich jetzt nicht festsitzen. Hey, bleib stehen. Hallo. Komm schon. Ich wollte dir entschuldigen, bevor es überhaupt hinfällt. Noch freiwilliger. Die ganzen Blutfliegen sind nicht da nur ein paar Sumpfeile. Wieviel brauche ich überhaupt noch? Äh, ne Menge. Habe ich Lernpunkte? 10. Geht alles ins Geschick. Ich habe Geschick für mich. Dann habe ich 84 Geschick. Das heißt, da noch 2 Level und ich kann Geschick auf 100 bringen. Dann kann ich auch die Tränke nehmen. Dann bin ich erstmal richtig gut drauf. Äh, hier habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Horn eines Schattenläufers und... ...Sumpfeilszene habe ich jetzt. Check. Hau eines Trolls. Ich denke, das mache ich als nächstes. Ach, dafür muss ich hoch in den Norden. Gut, ich denke, ich mache hier einen Aufnahmestopp. Nicht nur Aufnahmestopp. Ich mache hier einen Cut. Und... Ähm, laufe erstmal dahin. Weil ich habe keinen Teleport nach da. Und dann sehen wir uns, denke ich, vom Troll wieder. Denn es gibt jetzt, glaube ich, 2. Aber egal, ich verabschiede mich erstmal bei Balorun. Tschö.